Ah, ha, 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 ja, guckt euch das an, Leute, ja, ja, und damit, Leute, werden wir den kompletten Sieg hier einfahren, Leute, schaut's euch an, mit diesem Flugzeug können wir einfach alles dominieren, oh mein Gott, damn, Petrit, guck mal, was dir blüht, wenn du dich gegen unsere Abmachung aussprichst, denk mal ganz genau noch, ob du das willst. Mein Haus, mein Haus, mein Haus, was denn schon wieder mit meinem Haus, was denn schon wieder mit meinem Haus, was ist schon wieder mit meinem Haus, Alter, Chat, ich schwöre, wenn ihr mich jetzt verarscht, mein ganzer Chat ist wieder voll, dein Haus, dein Haus, dein Haus, wenn jetzt wieder was ist, und ich geh da hoch und da ist wieder was, dann mach ich sofort wieder aus, es ist ja schon so ein Meme geworden mit, ich quitte, Alter, weil irgendwann mach ich's einfach, Leute, dann sag ich auch, Dezember, CPM, ade, auf Wiedersehen, ausgerutschein, primed, Chat, jetzt reinzappen, was soll die Scheiße, ja, alles normal, alles ganz normal, immer noch genauso kaputt wie vorher, nichts passiert in meinem Haus, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, in meinem Haus ist alles gut, der Fisch wohnt jetzt da unten in diesem kleinen Wasser, sag jetzt nicht, der wird jetzt da, oh nein, erkannt. Sympathisch. Sag mal, sag mal, äh, Junge, gut, das, ähm, ja, nee, ist okay, ey, nee, F in den Chat, Achtung, MLG, ich hab ne Idee, Leute, ich möchte mit Joe Craft ein Panzer bauen, ähm, ich würd gern einen Panzer bauen. Einen Panzer? Ja, der TNT schießt und fährt. Fahren? Ja, fahrender Panzer, der TNT schießt. Also, Revi, ein Panzer geht mit den Slime-Blöcken und so, es gibt da Designs von Ilmango, die man nutzen kann, es gibt auch Flugmaschinen, dass der was schießt, ist schwieriger, weil du Spender nicht bewegen kannst. Die sind immer stationär. Und vor allen Dingen Obsidian, das wird auch schwer, kannst du ja auch nicht bewegen, ne, Obsidian. Ja, und das Problem mit dem Panzer ist, dass du es erst rechtlich. Also kannst du keine TNT-Kanone dran machen. Slime ist mit einem Klick abgebaut, deshalb ist das nicht gerade sicher. Was aber eher wäre, wäre, dass du tatsächlich einen kleinen stationären Panzer baust, da kann man natürlich mehr was machen, ne? Stationärer Panzer. Genau. Versteh ich nicht. Erläutern Sie. Dass man quasi einen Panzer baut, das sieht aus wie ein Panzer, aber der kann natürlich nicht fahren, das ist die einzige blöde Sache. Sag mal, Wasserphysik in Minecraft auch komplett broken, oder? Aber was man machen kann, ist ein TNT-Bomber. TNT-Bomber? Würde ich gern bauen, ja. Bauen wir heute. Ein TNT-Bomber, der fliegt und dabei hinterlässt eine Wüste der Zerstörung. Eine Wüste der Zerstörung. Wofür willst du das denn haben? Also, wo soll er erstmal fliegen? Das ist jetzt auch die goldene Frage. Gucken einfach mal, so ein bisschen Experiment halt machen hier, ne? Gut. Ja, wo willst du den denn fliegen lassen? Ja, einfach mal gucken, ein bisschen hier einmal da, ne, so. Äh, der macht hier eine Menge kaputt. Also, das ist keine spaßige Schaltung. Also, du willst, dass Joe quasi das so baut, dass er über dein Haus fliegt, oder wie? Ne, 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 ne. Ah, ah. Warum denn nicht? Ich will das nicht. Mein Haus soll stehen bleiben. Aber du hast doch gerade gesagt, Joe soll das über dein Haus bauen. Ne, das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt gerade einfach so falsch erstanden. Also, ich habe das gerade so rausgehört. Ich habe das auch so rausgehört. Nein, nein, nein. Wenn mir jetzt nicht auf Twitch folgt, der soll es jetzt machen. Ansonsten raus aus dem Chat. Falls du meinen Instagram-Post noch nicht gesehen hast. Boah, dann kann ich mich endlich an dich ranschmeißen. Genau, ich wollte nämlich, äh, ich habe nämlich richtig Bock, zwischen deine Backen einmal richtig zu rotzen und dann rein in die Olga. Warum, Digga? Komm, lass uns einfach, komm, wir sind ab sofort jetzt zusammen, Levi. Okay, gut. Habt eine neue Freundin. Ah! Was denn? Ah! Ah! Oh nein, ich habe den Aufzug kaputt gemacht. Das tut mir leid. Joe, du darfst den Aufzug wieder reparieren. Der Krüfer ist da reingesprungen. Ich habe alles versucht. Ich habe alles versucht. Ich habe alles versucht. Ich habe alles versucht. Das geht doch nicht. Er hat wieder einen Free Fire Aufzug hochheben lassen. Flugzeuge rückbauen, Luftschiffe UNESCO. Ich bin für deutschen Luftschiffverkehr. Wir brauchen mehr Zeppelinen in Deutschland. Schön Zeppeline mit einer Menge Helium füllen und dann alle gemeinsam über Berlin fliegen lassen. Zäpfchen, finde ich auch geil. Zäpfchen, äh, immer früher gefreut, wenn ich Fieber hatte. Äh, Mama, rein in die Olga mit dem Ding, komm. Hast du ein Totem of Undying bei dir? Ich? Du wirst es auch brauchen, weil du fährst ja dann mit der Maschine. Und weil tatsächlich was schief geht, solltest du dann sowas als Backup haben. Brauche ich nicht. Wir können das ja über Sparkys Dorf fliegen lassen. Der freut sich. Spark of Ines Jointed Game, er hat es gehört. Er hat es gehört, während du es sagst. Spark, hallo? Raus aus dem Channel hier. Du darfst nicht unsere geheimen Pläne hören. Oh Leute, hier kommt der Master-Bedroom rein, oder? Ich habe alles. Wir können das Ding bauen. Stopp. Ich baue eine Yacht. Ich komme. Und jetzt wird es hier Sand gefarmt. Eins, zwei, drei und los. Revi, bist du da? Joe Craft, wo bist du? I am on... Ich bin hier vor Revis... Vor G-Times Basis. Wir haben gerade Sand, Joe Craft. Brauchen wir Sand? Einen TNT brauchen wir doch. Ich fahre auch gerade Gravel. Okay. Ach, wofür brauchst du Gravel? Also, ich bin bereit. Revi, ich werde dir leider gleich auf den Sack gehen ein bisschen, ja? Ich überlege gerade, von woher würde ich die Maschine fliegen lassen? Die fliegt dann quasi geradeaus, unendlich, bis du sie aufhältst und, äh... Wollen wir das hier wirklich in der Nähe des Spawns machen oder wollen wir das woanders machen? Kevin, du hast doch irgendwie so eine... Durch den Wald. Wir machen so... Ganz ehrlich, eher ungerne, weil ich finde, dass Revi irgendwas kaputt macht wieder. Sonst muss ich dann bei ihm sprengen. Wie hält man das Ding auf? Ja, das ist die Problematik bei der ganzen Sache. Also, wenn du runterspringst und das Ding weiterfliegst, dann fliegt das weiter. Bis es halt außerhalb der Chunk-Grenzen fährt. Aber ich glaube, dann bleibt das nur alleine stehen. Ansonsten kann das Ding eigentlich nicht aufgehalten werden. Das ist eigentlich die OP-Waffe in Minecraft, ne? Und das ist sehr günstig zu machen auch, oder? Geht. Also, joa. Es ist oft... Also, es ist eine komplizierte Sache. Von den Materialkosten her geht es tatsächlich noch. Und du würdest auch sowas bei meinen Feinden aufs Haus bauen? Ähm, also wenn ich richtig A bin, dann würde ich sowas hier, keine Ahnung, drei, viermal vom Spawn aus in alle Richtungen fliegen lassen. Dann ist es der ganze Server platt. Bin hier oben auf so einer kleinen Insel. Hier ist direkt eine Insel. Das ist jetzt ja in der Nähe von deinem Haus, oder was? Ja, direkt quasi hinter dem Haus von Debitor und Cars Crafter eigentlich. Kevin, hör mal bitte auf, ich von mir Ärger zu machen. Alter, aber warum geht die Elytra nicht auf? Was ist denn das für ein Dreck? Wieso kann ich mit der Elytra nicht starten? Der baut Rotpilz unterirdisch. Warum kann ich nicht starten? Hier machen wir. Wir müssen testen. Testgelände. So, wo bist du? Komm, Joe, Quaft. Wir bauen unser TNT-Vorzeug. Siehst du mich irgendwo? Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Geradeaus, geradeaus und hoch. Geradeaus und hoch. Hoch, hoch, hoch. Hier bin ich, hier bin ich. Siehst du mich? Da ist er. Ich muss mich mit dem Landen, bitte. So, und jetzt geradeaus in diese Richtung soll das Ding fliegen. Ja, ja, machen wir. Ich stelle mich drauf. Ich stoppe es auch später wieder. Ich will nur ein bisschen Macht demonstrieren. Ich habe einen ganz blöden Fehler gemacht. Was denn? Kann das überhaupt in Richtung Westen fliegen, das Ding? Es kann nur in Richtung Süden fliegen. Haha. Es kann nur in die Richtung fliegen. In die Richtung? In die Richtung. Ja, nicht gut. Nee. Dann müssen wir mal ganz kurz ein bisschen. Lass uns mal kurz in die Richtung fliegen, dass wir mal kurz da an was kommen, okay? Nee, warte, lass mich hier gerade ausfliegen. Komm mal her, hier. Das verrückteste Ding, was ich jemals in Minecraft gebaut habe, Junge. Loll, wurde bei dir gesprengt, Revi? Ja, in meinem Haus. Ach, hier ist eine Basisform, wem anders, aber das ist nicht so schlimm. Oder war das der Creeper hier mit dem Tworm? Bleib mal kurz, da könnten die Röber wohnen. Lass uns doch noch ein bisschen weiter weggehen. Ja, dann komm, dann komm hier weiter in die Richtung. Ich sehe dich. Will man noch hinter mir? Einmal hier übers Tal fliegen lassen. Gut. Hä? Aber kannst du das TNT einmal kurz auf den Scaffolding da setzen? Nee, kannst du das nicht machen? Das liegt da unten, da. Schaffst du? Nein, da mach du, komm. Du hast auch mitgebaut haben. Ich habe Angst, komm, mach schnell. Warum ist da so eine Alge drauf? Das hat was mit dem Klonprozess zu tun. Alge, Alge, Alge. Kann man das doch einfach nutzen, um TNT einfach zu duplizieren? Ja. Das Prinzip. Echt jetzt? Genau, das tun wir in unserer Base. Wir haben doch schon so einen Duplikator. Alter, ihr Schwänze. Wir haben eine Farm da mitgebaut. Wir fahren mit Cobblestone ohne Ende. Kann mich da draufstellen, sagst du? Kann sich da reinsetzen gleich. Alter. Geil. Ich weiß nicht, hier vorne ist irgendwie... Du musst mich ein bisschen garten, ne? Also wenn hier was gleich hoch geht, dann... Hier sprengt irgendeiner, der unsichtbar ist. Sau unlustig. Der Duplikator ist fertig und die bauen jetzt quasi einen Motor da hinten, dass sich das Ding durch die Luft bewegen kann. Komplett OP. Rewi, zwei Blöcke noch. Ich kann ins Minecraft reingehen? Pass auf, jetzt warte eben. Genau, kletter mal kurz da hoch und warte da jetzt. Pass auf. Kevin, hör doch mal auf. Holy shit, Mann. Was ist denn da ein Problem, Alter? So, können wir jetzt das Ding aktivieren, ne? Ja. Aber das Problem ist, hör zu, Kevin. Ich weiß nicht, was ich hab... Rewi, wenn du das Ding anhalten möchtest, ja? Siehst du, diese beiden Slime-Blöcke... Ja. Die musst du kaputt machen, okay? Dann hält das Ding an. Okay. Nicht einfach rausgehen. Du hast alles, dein Tod auf Andeigen und alles. Sterbe ich das erste Mal? Kannst du mir das Koi voll wächst? Sterbe ich? Nein, eigentlich nicht. Es sei denn, du fällst runter. Aber halt es besser fest. Ich sitz drin. Okay. Fahr mich los, Daddy. Das würde jetzt passieren, wenn ich das mit einem... 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, Alter! Yeah! Yeah! Hä? Ist ausgegangen. Ja, der TNT hat es jetzt gerade hier zerstört. Geil. Und jetzt? Wir brauchen Slime-Blöcke. Bleib da drin sitzen. Nee. Das war's jetzt? Ja, das Problem ist, hier ist TNT zu früh explodiert. Warte, wir kriegen das gefixt. Danke, G-Time. Kevin, haben wir nochmal Diamant? Ich bin schuld. Ja, Kevin ist schuld. Ich brenne! Wir brauchen einen Slime-Block, Leute. Können wir irgendwie einen Slime-Block organisieren? Ich bin tot. Ich sitze hier in Minecraft, wie Joe Croft gesagt hat. Es wird gleich losgehen, lieber Revi. Ja, aber ich hab dich auch gelettet, Revi. Er hat recht, Alter. Warte, wenn ich jetzt aussteige, falle ich doch bestimmt runter, ne? Nein. Vorsichtig aussteigen. Warte mal. Genau, perfekt. Und jetzt kannst du hier escape. Sehr gut. Ich hoffe, das funktioniert, oder? Es wird funktionieren, wenn die Technik nicht kaputt geht. Die Technik hast du ja eben kaputt gemacht, oder? Ja, die Technik hat sich selbst kaputt gemacht, weil wir die Technik zu tief gebaut hatten. Du siehst, der TNT ist hier direkt am Berg explodiert und hat quasi die Apparatur zerfetzt. Das ist natürlich doof gewesen, ne? Richtig. Aus, Juli. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Mit ausrüstreichend Prime. Aber hier kann es jetzt ja nicht mal passieren, oder? Mach ja trotzdem mal das Ding weg. Damit auch ein bisschen was hiervon lernst. Du siehst, wir haben jetzt zwei Teile. Wir haben einen TNT-Duper und wir haben hier so eine Art kleinen Motor in Minecraft. Der Motor ist das, was das TNT dupliziert. Und der Duper ist natürlich das, was es anschiebt, ne? Klar. Der Motor ist das, was hier hinten so ein bisschen fallisch aussieht. Ah, geiler Server. Geiler Server. Jetzt machen wir das Ding nochmal. Wer liebt denn nicht, den Server? Leute, eins in den Chat, wenn ihr den Server lieben wollt. Du kannst eben damit, du kannst gleich einen richtig schönen Clip erstellen und dann Petrit angst. Also wenn du nämlich noch einmal malträtrierst, ja? Dann lass ich das Ding mit deinem Haus. Malträtriert. Oh, Quaft, bitte schnell. Ne, es geht leider nicht schnell, weil ich gerade einen Slime-Dog verloren hab. Und ein Ding, das wir uns nicht brauchen können. Und den suchst du jetzt? Alter, Revi. Oh, Junge, er muss alles raus, wa? Alles haben. Ja, ja, ja. So, geschafft. Reinsetzen? Nein. Jetzt kommt das Schwerste. Wir müssen das Ding einmal aktivieren. Reinsetzen? Nein. Sevi, du regelst. Also wirklich, manchmal... Ja. Soll ich rein... Reinsetzen? So. Mein geradees Haft hast du schon bekommen. Ja, reicht nicht. Mehr. Petrit, grüße mein Nachbar. Petrit, schön, dass du da bist, wirklich. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay, Leute, es geht los. Ah! Ja! Guckt euch das an, Leute! Ja! Ja! Und damit, Leute, werden wir den kompletten Sieg hier einfallen, Leute. Schaut's euch an. Mit diesem Flugzeug können wir einfach alles dominieren. Oh mein Gott! Damn! Petrit! Guck mal, was dir blüht, wenn du dich gegen unsere Abmachung aussprichst. Denk mal ganz genau noch, ob du das willst. Petrit, das willst du nicht. Du willst nicht, dass das passiert. Du willst nicht, dass genau das passiert, Alter. Holy shit, Alter. Digga, wir gucken uns gleich mal unten an, wie viel Schaden das angerichtet hat, Leute. Das ist ja insane. Nein! Na, glücklich. Oh, damn. Damn, Joe. Das ist der Scheiße, mit dem ich rede, Mann. Das ist das, was ich fühle, Alter. Yes. Yes, bro. Holy shit, Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, hier unten werden wir gleich explodieren, Joe. Ja. Guckt euch an. Schaut euch an, Leute. Schaut euch unter uns diese wüste Zerstörung an, Alter. Okay, hoffentlich funktioniert das alles. Und jetzt renn, renn, renn raus, renn weg, renn weg. Geil, Alter. Und ich habe fünf Slime-Blöcke noch von denen, Joe. Immerhin. Kann ich die wieder haben? Ja, natürlich. Alter. Komplett broken OP, Leute. Alter, Leute, okay, checkt euch das mal aus, Joe. Das ist absolut okay. Das ist absolut insane. Hier unten ist das TNT nicht explodiert, weil wir zu hoch waren. Das ist in der Luft explodiert. Ja, aber ja. Aber so an sich, Alter. Broken, Leute. Broken. Also, Petrit. Und du hast gesehen, was passiert, Bro, wenn du dich gegen dieses Bündnis, den Frieden, den wir haben, aussprichst, Alter. Ich würde sagen, das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss, Leute, für den heutigen Stream. Ich bin heute nur ein bisschen kürzer online, weil ich jetzt noch, weil wir werden den lieben Joe Craft raiden. Joe, 10.000 geile Leute kommen jetzt in deinen Chat und nehmen hier komplett auseinander. RIP an der Stelle, meine Freunde. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zu einem weiteren Stream, meine Freunde. Morgen auf jeden Fall ein bisschen länger. Heute nicht so lang, weil ich nochmal weg muss. Morgen bauen wir die Jacht fertig und die wird extrem geil mit Einwahlungsparty, allem drum und dran, rumgefasht. Und, ähm, ja, man, Chat, wir sehen uns morgen, Alter. Ob dicker, ob dicker, ob der 1.15 ab morgen, Leute. Ich freue mich drauf. Auf geht, der Hase, Leute. Wir sehen uns morgen. Live-Event schauen wir morgen nochmal rein. Bis denne. Ciao, Leute. PiSone. 색f Adams Pharmac. Dann ist nur, wenn Melissa que ichא� Carol war okay. Masch? er – gloss die Hand! ich hoffe, okay. dann Mighty Rather.